Das volle Rad mit Fingern an den Fersen gehört zu den fortgeschrittensten Variationen von Chakrasana. Chakrasana heißt ja Rad und das Rad ist vollständig, wenn du mit den Fingern an die Ferse fasst. Fabian von Yoga Vidya Bad Meinberg zeigt, wie es geht und er kann sogar noch weiter gehen als nur bis zu den Fersen. Du kannst dort zum Beispiel von der Standhaltung ausgehen, von hier die Arme, Hände vom Brustkorb geben, Namaste Mudra, dann die Arme nach oben und dann die Arme nach hinten. Dann die Hände erst auf den Boden geben und wenn du mit den Händen an den Fersen bist, dann bist du im vollen Rad, Purana Chakrasana. Und wenn du magst, kannst du dann noch an die Fußgelenke fassen und es geht noch weiter, dabei gleichmäßig atmen. Dann die Fußgelenke fassen und es geht noch an die Fußgelenke fassen und es geht noch weiter. Anschließend kannst du dich ruhig wieder aufrichten und die Stehhaltung genießen. Hat es dir gefallen, dann klicke schnell auf Gefällt mir oder Daumen hoch. Und wenn du lernen willst, wie das alles geht, dann besuch mal ein Seminar mit Fabian. Aber ein Wort zur Vorsicht, es wird dir nicht auf Anhieb gleich alles gelingen. Yoga ist schrittweise Entwicklung und Fabian leitet auch Seminare nicht nur für die Fortgeschrittensten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.